Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, ich hoffe, du weißt, dass du auf etwas sehr Explosivem stehst. Eine Art von Explosivem Lucky Ball. Hast du das bitte aufgesammelt wenigstens? Ich hab's aufgesammelt. Super. Eigentlich, warte mal, ich glaube, eigentlich fällt man nicht runter. Aber ich glaube, wir sollten uns so eine kleine Plattform machen, wenn wir zu zweit rausstehen. Oh, ich hab's eingebaut. Es ist explodiert. Oh, das war knapp. Ja, wir haben hier einfach nur einen Lucky TNT. Oh mein Gott. Was? Was haben wir denn hier einfach einmal bekommen? Das ist ja perfekt. Ich baue das einfach die ganze Zeit weiter. Hey, warte doch mal. Nee, nee, nee. Aua, meine ganzen Sachen liegen dort. Ähm, können wir die mal ganz kurz erstmal wegschnetzeln? Was bekommen wir denn hier auf einmal? Oh mein Gott. Warum bekommen wir denn so... Hallo. Runterschubsen. Sehr gut, sehr gut. Bitte aufpassen. Oh, cool. Wir haben hier ein Anfangshäuschen. Das ist ja nice. Oh, ich hab erstmal alles hingebaut. Also. Nochmal kurze Erklärung. Wir haben gestartet mit einem... Ja, mit einer Zeitbombe nennt sich das. Und wir haben hier direkt eine große Kiste. Da ist leider nichts drin. Wir haben ein Bettchen. Wir haben einfach ein Neverportal. Was ist das denn? Du hast hier... Ah, okay. Ich glaube, wir haben sogar hier einen Cobblestone-Generator. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Es geht schon relativ schnell. Wollen wir erstmal hier das Holz abbauen? Ja, ja, ja. Mach ich. Ich weiß jetzt nur nicht so ganz. Also natürlich, die Zeitbombe geht auch von alleine explodieren. Und dann werden weitere Sachen getroppt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so eine Art von... Oh, okay. Ah, jetzt explodiert sie wieder. Ja, und was bekommen wir? Okay, wir bekommen einfach nur Sachen dazu. Okay, ist eigentlich ganz praktisch. Wollen wir uns erstmal eine Spitzhacke machen? Ich denke, dann können wir das noch schneller abbauen. Und dadurch, dass wir ja trotzdem auch so eine Art Skyblock sind... Was ist denn hier los mit denen? Ich brate mal ein bisschen Eisen gerade. Ich mache die ins Wasser. Ich mache die ins Wasser. Oh, sie haben es nicht ins Wasser geschafft. Meine Freunde. Meine Freunde. Oh. Oh. Oh, Papagei. Papagei. Nee, nicht schon. Wieder. Komm, wir uns bitte... Kannst du den bitte wegstätzen? Kannst du den bitte wegstätzen? Ab ihn runtergeschobst. Warte, ich will einen Links haben. Was denn? Ich will einen Papagei haben. Ja, ja, ja. Ich habe was bekommen. Was? Ich habe einen Orb of Protection bekommen. Warte, warte, warte. Warte, ich will den hier. Den da, den da. Oh, nee, der mag mich nicht. Was ist das denn? Ein Orb of Protection. Und was kann das? Equipment. Soll ich mal rechts klicken? Nö. Keine Ahnung, was das macht. Kann ich damit jemanden wegstätzen? Komm mal her. Keine Ahnung, was ist passiert, was es ist. Ich würde gerne... Hallo. Ah, da ist noch ein Seeds. Zwei Seeds. Hallo, meine Freunde. Obsidian. Oh, er mag mich. Perfekt. Kühe, an die Pferde. Komm mal hier, Sitz. Komm mal her. Kätzle. Oh. Warte, warte, warte. Wir machen einfach alles mal erstmal... Warte, warte, warte. Mein ganz Inventar ist voll. Also, was wir natürlich nicht brauchen, können wir erstmal hier in die Kiste machen. Epic? Ja? Viel Spaß. Das ist mit dir hier. Was passiert denn jetzt hier? Hast du die gerade gesetzt? Katja, ich bin ja auch noch hier gerade. Ich hab keine Gasse. Macht er überhaupt was hier? Hier ist immer nicht lustig. Kannst du den mal wegschnitzen? Der ist gar nicht voll sauer auf dich. Au. Oh mein Gott. Au. Meine Sacken. Der ist sehr wohl sauer auf dich. Meine Sacken. Oh mein Gott. Die kriegen wir jetzt nie wieder. Wo bist du denn? Ich bin... Hey! Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Wir bauen einfach zu. Oh mein Schwert und meine Spitzsacke sind alle drauf. Oh mein Gott. Da ist er. Oh! Kann er überhaupt hier rein? Hey! Komm mal auf. Ich will hier nicht raus. Der schnitzt ja alles weg. Oh, ich hab hier noch was cooles. Was ist das denn hier? Ich hab ein Explosion-Spell. Ah! Katja, jetzt will ich alles hier machen. Ist das kaputt? Oh, ja. Ein bisschen was, ne? Oh, nee. Oder hast du dich hier freigegraben? Nee, nee, nee. Das war die Explosion. Wir sollten den mal wegschnetzeln. Ja, du! Komm, komm hier runter. Aua. Meine ganzen Sachen. Meine ganzen coolen Sachen sind doch dort. Ja, meine auch. Oh nein. Hallo. Bitte lass mich mal in Ruhe. Und es ist tatsächlich wieder ruhig. Ja, ich muss sagen, sorry. Ähm, irgendwie... Warum willst du den... Ach, so ein Gast. Was hab ich denn hier bekommen? Also wir haben auf jeden Fall ja von den... Ich hab eine Überraschungshalze Kartoffeln. Oh, ich glaub das nicht so gut. Warum? Was ist das für eine heiße Kartoffel? Weiß ich nicht. Kann die explodieren? Weiß ich nicht. Hier. Au! Was soll das denn? Was kann die machen? Wenn ich in der Hand halte? Also, ich hör... Die haben nur ein halbes Herz. Hä? Was ist das denn? Was für eine fiese Kartoffel ist denn das? Okay, du machst weiter. Ja, ja, ja. Och nee, nicht noch ein Gast. Oh, oh. Ich glaub, ich mach mir jetzt erstmal... Ich mach mir jetzt erstmal... Ich mach erstmal hier alles schön rein. Oh, was wir haben. Ja, wir haben so viel Eis. Das müssen wir uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Ich hab nämlich zum Beispiel ein Diamantschwert. Das wär schon mal eine ganz gute Sache. Ein Anfang von allem. Wir können hier auch nochmal unser Haus ein bisschen... Obwohl, das geht eigentlich theoretisch. Bisschen reparieren. Und wir bekommen so viele Sachen vielleicht... Ich dachte, eventuell könnte es sein, dass wir hier... Äh... Noch eine Insel dazu bekommen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir erweitern auch so ein bisschen, oder? Ja. Vielleicht wäre das auch nicht eine... Eine gute Idee. Wir haben sehr viele Blöcke. Und wir haben super, super viele Tiere. Was ja eigentlich sehr nice ist, weil dann haben wir ja auf jeden Fall Essen und so ein paar Kumpanen auf jeden Fall. Ich mach bald hier alles auf. Hier ist auch noch ein bisschen Erde. Bitte nicht in die Lava springen, meine Freunde. Das genau meinte ich. Betraus, betraus. Hexen. Ach, die haben wir ein Schwert. Ich geh hier alles... Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Was war das denn gerade? Das ist mir zu kompliziert. Du gehst alles Mögliche weg, Schnetzel. Nee, nur die Hexen. Okay, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen klarkommen und ein bisschen gucken, was wir alles haben. Es inkludiert eh gleich. Laces. Ja, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon. Okay. Unser Haus brennt. Nee, unser Haus brennt. Wir haben auch hier einen Tee. Oh mein Gott, wir haben so viel. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Erde? Dann kann ich vielleicht anfangen, hier so ein bisschen reinzumachen. Oh mein Gott, das ist viel zu viel. Nur so viel wäre schön. Okay, also damit haben wir auf jeden Fall ein zweites Leben. Dankeschön. Okay, nicht so viel, aber ein bisschen was zumindest. Und damit können wir hier anfangen, das so ein bisschen zu erweitern. Wollen wir uns noch mal ein zweites Bett machen eventuell? Ja, das ist eine gute Idee. Hast du Bolle? Ich habe... Spinne. Weiß ich nicht. Warte mal. Ich habe Abbaulähmung, glaube ich. Oh, in der Erweiterung. Ich bin in der Erweiterung einfach. Was ist das denn? Oh, wie süß. Oh mein Gott, es brennt richtig. Es brennt alles. Oh mein Gott. Ich bin hier. Ja, weil, oh mein Gott, es brennt alles. Wegen der Lava. Ich glaube, ich mache das hier mal zu. Wir brauchen keinen Kuppelstone-Generator. Wir bekommen eh so viele Sachen. Epic, kannst du... Du musst ein bisschen langsamer machen. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Ich auch nicht. Das ist nicht so gut. Was haben wir denn hier alles? Ja, aber wir sollten vielleicht eher so ein bisschen gucken, womit wir anfangen. Ich habe ja mal einen Bogen jetzt gemacht. Ähm, was ist hier? Ja, ich bin ganz sicher. Hast du weiter was aufgemacht? Das geht ja automatisch. Ah, stimmt. Ja, es explodiert ja von alleine auch. Ja. Ja, da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen nervig, ne? Also, ich habe jetzt auch immer die Endermänner. Die schnetze ich auch mal weg. Sehr gut. Okay. Wir sind jetzt eigentlich auf einem guten Stand vom Aufräumfaktor. Kann das sein? Wie viele Diamanten hast du denn gerade? Ich habe vier Stück. Hier sind auch wieder Wards drin, die sind. Das ist die böse Kiste hier oben. Willst du mir mal einen geben? Äh, einen Diamant? Ja. Okay, ja. Ich kann dir auch alle geben, wenn du möchtest. Nee, eine reicht. Danke für andere. Ja, bitte schön. Ich würde mir auch nochmal Eisen braten. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Haben wir hier einen Ofen? Oh, perfekt. Guck mal. Wir haben 21 Eisen. Wahrscheinlich haben wir hier sogar noch mehr Eisen drin. Ja, genau. Nummer vier. Ja, Eisen. Wir haben viele Blöcke, muss man dazu sagen. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Blöcke. Hier haben wir auch ein paar Sachen, die kann ich auch teilweise wegschmeißen. Ich glaube, ich brauche keine Liane, wir brauchen keine Wither Roses, wir brauchen das nicht. Wir brauchen kein, obwohl das hätten wir vielleicht gebraucht, Federn, wichtig, ja, für Pfeile. Das kann weg, das kann weg und das kann weg. Und die Shards können eigentlich auch weg. Schauen wir mal hier unten in die Kiste rein, Kata. Wir sind auf einem guten Stand eigentlich ganz kurz. Wir haben eine Diamantenkiste jetzt. Okay, warte mal, wir haben jetzt eine Diamantkiste. Komm hier unten. Die kannst du genauso lassen. Ah, perfekt. Da kann ich nicht immer drin bleiben, beziehungsweise alle. Ah, das hast du jetzt mit den Hoppern gemacht, ne? Nur Diamantenwerte aufgesammelt, ja, ja. Ah, cool. Okay, wir könnten uns auch nochmal ein Zaunturm machen, dann könnten wir die Tiere irgendwie hier vielleicht so ein bisschen, ja, die sind eh hier nicht mehr drin, aber... Wir sollten, glaube ich, das alles vielleicht ein bisschen umbauen. Ich glaube, die Bäume könnten ja auch weg, oder? Die nerven ja auch ein bisschen. Und dann könnten wir hier den großen Zaun umbauen. Weil wir mal ne Axt. Ja, das hört sich gut an. Okay, also, ein ganz kleiner Zwischenstand. Jetzt ist hier so ein bisschen mehr Ruhe. Wir sollten gucken, dass wir es ein bisschen langsamer abbauen, dass wir nicht auf einmal wieder alles reparieren hier müssen. Also, wir haben jetzt hier so ein komplett gesondertes Ding für unsere Bombe. Und wir haben hier unten natürlich unsere Diamanten. Sind da irgendwie neue Diamanten dazugekommen? Mh-mh, ich habe ein bisschen mehr Platz gemacht für andere Sachen noch. Ja, wir haben keine Tiere mehr, nur noch unsere zwei Delfine, die hier auf engstem Raum leider leben müssen. Ich weiß gar nicht, ob... Ah, unsere Papageien leben auch noch, unsere Füchse leben auch tatsächlich noch. Hier unten sammeln sich irgendwie viele Tiere an. Und ich habe am wenigsten abgebaut, deswegen sammle ich jetzt weiter auf. Guck mal, wir gucken mal, was wir jetzt noch bekommen. Es wäre natürlich sehr nice, würden wir noch ein riesiges Update dazu bekommen. Aber das könnte es sein. Wir sollten schauen, dass wir natürlich irgendwie vielleicht auch ein paar Sachen mal ziehen. Brauchen wir jetzt nicht, oder? Mh-mh. Oh nein. Ah, es explodiert eh von selber. Ich lasse mal kurz von selber explodieren. Und wir bekommen Pilzkühe. Das ist sehr nice. Oh, ja. Wir müssen die Pilzkühe mal mitnehmen. Aber wie kriegen wir die da hin? Wir haben keine Leine. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe Grasböcke bekommen. Das ist auch nice. Oh. Da könnte ich auch ein bisschen hier das größer machen. Ähm, Leinen. Weil Pilzkühe sind stark. Weil ich habe echt viel Hunger, muss ich sagen. Also, ich habe die ganze Zeit eigentlich Hunger. Ich habe noch Kuchen. Kuchen, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir können sie mit Weiz locken. Ah, perfekt. Gut, die kommen automatisch fast. Ah, super. Okay, warte. Dann mache ich hier nochmal. Oh. Äh, ich glaube, wir müssen leider hier. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich gehe hier rein. Ja, perfekt. Komm, 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 komm. Wenn, eine reicht uns theoretisch ja schon fast. Ja, ja, ja. Haben wir Weizen? Ich habe Weizen. Ich habe Weizen. Ich habe einen Weizen. Hier, komm mit, meine Freunde. Wir locken sie rein. Ja, ja, ja. Alle mitkommen. Alle, die. Alle mitkommen. Die wollen, komm mit. Ja, sehr gut. Ich mache zu. Haben alle. Ah, sehr nice. Und die kleine Ziege, die, äh, die bleiben halt hier. Okay. Ähm, ja, gute, gute Sache auf jeden Fall. Oh, die würde ich gerne haben. Ich hätte gerne die Änderperlen. So, gehst du da nicht weiter. Sind die runtergerutscht? Ne, die sind hier vorne. Die sind runtergerutscht. Na gut, okay. Holz haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Oh, brennende Skelette. Haben wir geholfen. Oh, können wir handeln? Wir können handeln. Oh, wir haben einen Villager bekommen. Okay, hier haben wir Essen. Blaze. Nee, Blaze ist nicht so gut. Wir haben hier auf jeden Fall. Oh. Pferde. Äh, die Pferde. Das sind. Oh, Axolotl. Das ist ein Esel. Oh Gott, ich habe den Axolotl geschlagen. Axolotl hätte ich auch gerne ins Haustier. Können wir das irgendwie, können wir das irgendwie machen? Äh, haben wir den Eimer? Du kannst den Eimer holen. Oh, nee. Bitte geh da. Bitte geh da. Wo ist er? Da, bei mir. Ich mache ihn weg. Hab ihn. Oh, falsch hast du. Oh Gott. Hab ihn. Ah, wie süß. Kannen wir den irgendwie irgendwo hin machen, wo wir ihn sehen? Bei uns? Ach so, willst du ihn einfach hier reinlegen? Ja. Guck mal, wir können den hier hinten machen oder sowas. Das ist dann unser kleiner, unser kleines Haustier. Aua. Oh, Tügo. Warte. Ja, ja, ja. Genau hier hin. Oh. Ah, er wird rausklettern, oder? Nee. Wird er nicht rausklettern? Wir haben wieder Delfine bekommen. Die helfen uns auch nicht weiter. Oh nein. Oh. Hier ist noch ein Axolotl. Ich habe richtig wenig Leben. Ich habe super wenig Leben. Ja, generell haben wir hier. Wie hat es der Villager hier reingeschafft? Es explodiert von alleine. Es explodiert von alleine. Oh, oh. Oh, nee. Das ist nicht so gut. Ja, ich helfe. Oh Gott. Ich habe ein Herz. Oh, Slimy. Slimy, Slimy, Slimy. Slimy habe ich weggeschnitzelt. Warum habe ich so wenig Leben? Haben wir eine Health Potion oder irgendwie sonst was? Ich glaube nicht, aber du könntest dir eine Rüstung machen. Ich könnte mir echt mal eine Rüstung machen. Das stimmt. Haben wir genug Eisen dafür? Oh mein Gott. Was? Ich wurde weggeschnetzelt von einem Delfin? Hä? Seit wann können Delfinen einen wegschnetzeln? Weiß ich nicht. Was ist das denn? Oh nee. Das ist echt schon ein bisschen überfordert. Nein. Nein. Oh mein Gott. Epic. Der Gast hat die Kiste weggeschnetzelt. Nein. Noch mehr Alte. So, vor allem brenne ich deswegen auf. Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Ah, warte. Ich habe noch eine Kiste. Ich mache einfach alles rein, was ich habe. Ja, pass auf. Du gehst zurück, Dingsen. Hast du ihn? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What is going on? Dreimal abgewehrt. Dreimal nicht getroffen. Oh mein Gott. Wenn du es nochmal triffst. Oh, hast du ihn. Sehr gut. Ja, die Gars, die sind ja richtig schlimm. Oh, Phantom. Oh. Und wir haben einen L.A. Oh, hallo mein Freund. Kann mir eben nicht was geben. Hast du ihn geschnetzelt? Nein, aus Versehen. Epic. Kann ich einen Diamanten geben? Frechheit. Wir können uns tatsächlich die Sachen geben. Wie, der kann uns... Ah, der kann uns Diamanten geben. Stimmt, der kann die auch sammeln. Oh, das ist nice. Nimm. Nimm den Diamanten. Er holt Diamanten. Was? Sie sehen mich hier angreifen eigentlich? Guck mal, wie süßer der ist. Sind sie? Was ist denn hier los? Guck mal, da ist er. Wer ist da? Oh, ist der süß. Ich glaube, die... Oh, das war es mit dir. Nee, die Tiere. Das ist ja noch hier einer. Um Gottes Willen. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, wir haben einfach Banders. Oh, die haben den Kuchen. Entschuldigung. Die haben den Kuchen gehabt. Den Kuchen? Die sollen mal ein bisschen nach rechts. Die sollen mal in unser Gehege kommen. Ja, ja, ja. Da, in unserem kleinen privaten Zoo anscheinend. Geh mal... Der ist ein bisschen groß, ne? Ist ein bisschen riesig. Oh mein Gott. Könnt ihr mal bitte... Der ist Kuchen. Ja, natürlich. Der darf doch einen Kuchen essen. Warum ist der Kuchen? Seit wann können... Wie viele bekommt ihr Damage. Ja, ganz viele bekommen ihr Damage. Der ist hier oben irgendwo. Ich habe den gerade gesehen. Oder er wurde weggeschnetzelt. Er ist bei mir, er ist bei mir. Ach, sehr gut. Ja, also ich muss sagen, das pure Chaos. Also wirklich einfach das pure Chaos. Weißt du? Hier ist mittlerweile noch ein bisschen was kaputt gegangen. Also man muss hier echt aufpassen. Aber ich glaube... Ich glaube, wir haben einfach alles, was wir jemals hätten brauchen sollen. Wir haben alle Blöcke, alle Tiere. Wir haben alles. Wir haben... Wir haben sogar einfach Endportal Frames. Das müsst ihr euch mal geben. Wir haben Ancient Debris. Wir haben... Wir haben Netherite. Wir könnten... Explosion! Was für Explosion? Hat nicht geklappt. Oh! Hat geklappt. Hä? Hier ist alles schön clean. Oh, wie nice. Aber... Dankeschön. Ein halbes Herz hatte sie dann. Guck mal. Aber wir haben unsere eigene kleine Farben. Und mit dem Zeitbombenblock ist das ja so fies, ist, dass der auch einfach alleine natürlich losgeht. Das heißt, selbst wenn wir irgendwie gar nichts mehr haben wollen würden, wird der noch von alleine einfach explodieren. Hey! Hör auf! Ich bekomme hier Damage! Ja, oh! Das ist richtig mies. Und wir haben so viele Tiere. Wir haben unter anderem mal einfach... Oh, er explodiert nochmal. Und wir bekommen... Puchs! ...einen kleinen Puchs! Süß! Also es war sehr lustig, aber sehr kompliziert. Und mittendrin dachte ich, hier ist komplettes Chaos. Und wir haben immer noch hier Chaos, weil wir haben einfach hier unten teilweise Villager stehen. Oh Gott! So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann will ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!